Erinnert ihr euch noch? Wobei, ich fand das Video am besten ein bisschen anders an. Wer von euch hat eigentlich diese Octavia erfunden? Ich meine, die ist viel zu stark. Ich meine, schaut euch an, was ich mit der Inara mache. Oh mein Gott, die tut mir sowas von leid. Ich als Inara, Main-Spieler, mir tut das weh, dass du weh. Verdammt, Alter, die Inara ist ja komplett am Arsch gegen Octavia im Nahkampf. Generell, allgemein, alle anderen Damager sind am Arsch. Ein Viktor am Arsch. Ne, keine Ahnung, was ein Bobking am Arsch. Das Einzige, was ich sagen muss, wo man sagen muss, okay, gut, da kann man sagen, da hat man seine Vorteile, wenn man kein Octavia spielt, sondern ein Octavia im GZ-Team hat. Sowas wie Lex ist halt der absolute Hardcore. Ich meine, schaut euch das hier an. Ich habe jedes 1 plus 1 Spiel mit diesem Lex verloren. Nicht, weil ich scheiße bin und keinen Schiff getroffen habe. Bestimmt auch. Aber vor allem, weil ein Lex in Nahkampf, sobald er dich markiert und diese 30% mehr Damage macht, plus auch noch auf Lebensriss und so ein Scheiß geht, dann hast du halt keine Chance in den. Allgemein Flanks ist mir aufgefallen. Flanks können ein Octavius schon ganz gut wegmachen. Aber dann gibt es wiederum solche Stellen wie hier zum Beispiel. Da stelle ich mir halt so die Frage, warum? Ich meine, ich mache ja einen Double Kill, einen Triple Kill nach dem nächsten. Es gab mal ein Champion, ich weiß gerade gar nicht mehr genau das war. Es könnte sein, dass es immer eine Vivian war oder ein Victor war. Bei dem war das genauso. Es gab so einige Stellen, in denen sie einfach nur drauf losgeschossen haben, einfach nur auf den einen oder anderen Gegner geschossen haben, dann eventuell noch ihre Ulti gezündet haben und dann einfach ein Double Kill oder ein Triple Kill mitgenommen haben. Einfach so aus dem Mix, so ohne irgendwas großartig zu machen. Und das habe ich hier, also wirklich hoffenweise. Aber hier erstmal ein bisschen Peinlingsass mehr für die Ohren zum Entspannen und Runterkommen. Ich habe trotzdem absolut gar keine Lust mit einer Inara oder so mit einer Octavia zu spielen. Ich meine, ihr könnt euch ja bestimmt noch erinnern über diese Auslässe, die ich mit denen jetzt habe. Ich kann nicht mal geradeaus reden, was ist los mit mir? Auf jeden Fall. Ich meine, ihr habt ja gesehen, was ich als Octavia mit dieser Inara gemacht habe. Ich habe sie regelrecht auseinandergenommen. Ich meine, sobald du halt ein Tank bist, der keinen Shit hat wie ein Fernando oder Khan, wobei selbst ein Fernando-Shirt oder Khan-Shirt bei euch halt easy kaputt machen. Äh, es ist halt... Ja, Octavia ist sehr, sehr stark, was das angeht. Ein bisschen zu stark, ein bisschen zu doll stark. Die ist overpowered mit ihren 750 Schaden auf dem Kopf. Ich meine, die nachher dachten sich, so, ich platziere meinen Wester-Totem, gehe in die Erdwacht und mache halt einfach diese Octavia kaputt. So, hab sie getrappt, hab sie. Tja, ein Scheiß-Dreck hat sie, weil ich hab die ganze Zeit auf ihren Kopf geschossen und da macht sie halt nichts mehr. Das ist halt so belastend. Das erinnert mich an damals, da ich auch mal diese Situation gehabt mit einem Victor, bevor er den großen Nerf bekommen hat. Da hab ich auch in Nara gespielt, hab ihn getrappt, war oben auf Steinfestung, oben diese... diese Türme da, diese... Brücken da, jeb, was ich meine. Und ich hab ihn getrappt, hab praktisch also mal Wäscherturmplatz im Wand hinter den Platz, so dass er nicht abhauen kann und stand dort mit meiner Erdwacht und dachte mir, jo, jetzt mach ich den erst mal richtig nass. Was ist passiert? Er stand einfach nur da, hat die ganze Zeit nur auf meinen Kopf geschossen, hat durchgängig geschossen und ich hab bloß noch eine kleine Erinnerung und zwar, dass meine Lebensblut auf Rot gefallen sind und ich ja gestorben bin. Und in solchen Momenten dachte ich mir so, das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass ein Tank so Därme aufs Maul bekommt, nur weil ein Gliedner einfach vor ihm steht und einfach das Lebensriss auf so einem hohen Level hat, dass ich damit meinen Damage nicht gegenheilen, also nicht gegendamagen kann. Er hat sich halt gegen mich gehealt. So, das ist halt lächerlich und belastend, wenn du dann da als Hinarer stehst, zu dem Zeitpunkt mit den höchsten Lebenspunkten 4700 und du denkst halt so, jo, das kann doch nicht sein, dass da so ein Victor kommt, der einfach nur stehen bleibt, einfach nur auf dich schießt und halt die ganze Zeit hochgehen wird. Also ganz ehrlich, gefühlt habe ich ihm noch gehealt, wisst ihr was ich meine? Weil er einfach gar kein Damage bekommen hat. Da war nichts weggegangen. Er ist nichts weggegangen. Das hat belastend als Tank. Ich finde halt einfach, Octavia viel zu viel zu stark. Ich schade, der muss unbedingt runtergenurft werden. Ich meine, ich meine, ich möchte nicht, dass das nochmal passiert, was damals passiert ist mit Victor und Vivian. Wisst ihr was ich meine? Ich meine, Victor und Vivian. Ja, Mama und Papa von Talis. Und jetzt haben wir Octavia, die Cousine von Victor und die macht jetzt der Familie alle Ehre, die es einfach alles wegsprayt. So diese 750 Schaden tun halt so derbe weh, besonders gegen Tanks, die einfach kein, kein Schild vor sich haben. Wie beispielsweise ein Ruckus, wie beispielsweise ein Hinarer und ganz besonders die zweite, ganz besonders die Hinarer, finde ich, wird von Octavia so nass gemacht, dass es eigentlich fast schon, also ich finde das ein bisschen lächerlich, bin ich ganz ehrlich, wie schnell ich die halt auch weggesprayt habe. Ich finde, sowas sollte nicht sein und der Schaden muss unbedingt runtergepackt werden. Der Schaden muss unbedingt in die Träger gemacht werden, weil die ist einfach viel zu stark. So als Vivian, als Victor-Ersatz, ich möchte aber keinen Vivian oder Victor-Ersatz haben. Ich möchte nicht sagen müssen, ey, Vivian und Victor sind das Schlecher gemacht worden, wurden genervt. Weißt was, ich mache einfach dasselbe, ich hole einfach einen weiteren aus der Familie und zwar Octavia. Das möchte ich nicht. Ich möchte das nicht. Und ich glaube, die wenigsten möchten das und ich meine, ganz ehrlich, man hat ja gesehen, also ich glaube, die paar Clips, die ich euch jetzt schon gezeigt habe, reichen ja wohl aus, um zu beschreiben, wie viel Damage Octavia macht. Ich meine, ich spiele halt sowas wie Strix, da sind die meisten Gegner auch Two-Shot. Ich spiele sowas wie Lex auf diesem letzten, äh, Talent, nicht auf dem Vergeltungstalent, sondern auf dem Talent, wo ein Schuss 600 Achse Schaden macht und treffe halt auch viele Headshots. So, da sind die meisten Gegner auch Two-Shot oder viele zumindest und dann finde ich sie mit meinem Auto-Aim. Also, ich spiele auch Champions, die sehr, sehr viel Schaden auf einmal machen, aber sowas wie ein Octavia habe ich wirklich in der Form auch nur sehr selten erlebt. Das kenne ich normalerweise halt wirklich nur von Victor oder von Vivian, ne. Und das finde ich halt, ist einfach zu stark. Ich finde Octavia viel zu stark. Aber, ich muss dazu sagen, ich finde sie lustig zu spielen. Also, ich mag es tatsächlich Octavia zu spielen. Na gut, okay, ist mal vielleicht da nirgendwo, weil sie halt sehr, sehr viel Damage macht und einfach alles niederstreckt, was sich vorher befindet. Aber, ich muss halt wirklich sagen, mir macht sie schon sehr viel Spaß. Und deswegen, glaube ich, werde ich sie in Zukunft vielleicht doch öfter spielen, obwohl ich das ja in meinem letzten Video gesagt habe, wahrscheinlich eher nicht so. Aber, soll ich auch noch sagen, nach diesem Video wahrscheinlich eher doch so. Also, ich muss trotzdem sagen, sie bockt schon. Sie macht schon Spaß. Diese Kapsel ist wirklich ganz, ganz lustig. Ähm, ihr Sprung mit dieser Heilung. In der, in den meisten Situationen hat mir das echt den Arsch gerettet. Und, allgemein, wie man sie spielt, wie sie schießt und so, ich mag das auch mit diesem Scope. Ich, ich, ich mag das. Aber, ich habe sowieso so einen kleinen Scope-Fetisch. Ne, ich meine, ich spiele ja sowas wie Genessa und Streaks und so. Gibt es noch irgendwelche anderen Champions, mit denen man Scope muss oder so. So, wie ein Fickter und wieviel, ne. Aber, ich meine, so richtig so mit Zielfernrohr. Ich habe so einen kleinen Zielfernrohr-Fetisch. Auf jeden Fall, äh, ich mag sie. Auf einer gewissen Art und Weise. Sie ist zwar viel zu stark und der Schaden muss unbedingt, unbedingt runtergemacht werden. Aber, abgesehen davon, finde ich sehr lustig zu spielen. und ich würde sie auch auf jeden Fall häufiger spielen. Und ich würde sagen, das war es auch mit dem Video. Endlich war wieder ein Video, bei dem ich auch mal ein Outro mache, bei dem ich auch mal wieder sage, bis später, Leute. Wir sehen uns später, bis zum nächsten Video. Bis später und schau. Bis zum nächsten Mal. 30 Sekunden responsibilities forward!